Sollen wir weiter hier am Wasser bleiben oder in der Richtung bleiben? Siehst du aus hier vorne? Rechts Oh nö nö, lass mal weg da bleiben Ach da! Komm her! Hm Joa, gute Frage Am Wasser, willst du da außen rum weiter? Ähm Ja, würde ich sagen, oder? Ja Wo bist du eigentlich gerade? Okay, ich versteck mich Jo, ich hab dich gar nicht gesehen Ja, ich war versteckt Ja, ich find das voll nervig manchmal hier mit dem, manchmal kenn ich das nicht mit den Namen Und jetzt siehst du den ordentlich hier mit Dynamic Light? Ja, das ist schön, also das wird schön ausgeleuchtet hier Also, das ist alles cool Hat was Ja Ah, guck mal hier, guck mal hier, sieht aus wie Wiese Boah Hast du, hast du Knochen dabei? Ne, die hab ich doch alle wieder getan Ach, hier vorne sind aber Skelette Da sind Hunde Ach, Hunde ist Ah, komm her Hast du nicht gerade einen Knochenaufnahme von einem anderen Street? Äh, doch, ich hab einen Knochen Ah, wie viele Fakten sollte ich drüben halten? Äh Mal gucken Oh, er liebt uns Ja, cool Jetzt haben wir einen Hund Wir haben einen Hundi Hau Ach, da bist du okay Ach, da bist du okay Ich hab doch nicht noch eine Knochenaufsgelegt Wie gemein Oh Oh Ich hab auch keinen mehr Ah, jetzt wird wieder ein anderer aus Terra hier Schlipfträger Unterlauf hier mit dem Eis Ja, ganz schön groß Ganz schön groß, ne? Eislevy hier Ganz schön groß Ja, auf jeden Fall Wir müssen uns wegzauken Jetzt sind wir hier gleich wieder vom Wasser komplett weg und dann stehen wir Ah ne Ach du Scheiße Hier unten eine Hühle Hier unten eine Hühle Unterm Eis Was? Wenn du rumguckst Uah! Oh, ich fahr da auch noch rein, ja super Und der Hund hinterher, jawoll Ja sicher Das ist Lassi, der folgt mir über hin Komm Hallo Jetzt hast du davon Hallo, komm hoch Ja, komm Was ist hier mit den Hühner? Haben wir auch Eier gelegt? Deine Eier Yo, oh nein Oh, Creeper Ich hab dir mal einen Schnitze gegeben, jetzt ist er verliebt Ja, und dich? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung Auf jeden Fall Das ist so eine Spinne Habt ihr eigentlich's ja gesagt, Creeper? Egal Ich müsste mal ein Schwertchen nehmen Aber guck mal, hier wird das Hier kriegen wir ein anderes Terrain auf jeden Fall Zuckerrohr Noch ein Hühnchen Komm her Zack Bhit Die hellen Rennen Da gibt's ja Skelette Aber ich sollte erst was futtern, wir fürchte ich Naja, ich hab keinen Essen mehr, ich hab der Schnitze ja den Hund gegeben Hier, warte warte, ich hab doch noch Ja, warte Ja, gehen wir erstmal weiter, ist egal. Pass auf, dass der Hund hier nicht ist. Ja, ne, ich futter schon. So, fertig. Mal gucken. Ey, der kann aber die Schafe rüberschießen, die gemein. Ja, Aim-Hatter, sag ich doch. War doch immer so ein Witter so weit. Ja, das klingt immer im Kopf. Ist unglaublich. Ah, cool. Wow! Was war das denn? Gehen die Hunde eigentlich drauf, wenn die Spinnen oder so was angegriffen werden? Von Spinnen? Also, wenn wir angegriffen werden, gehen die Hunde auch auf jeden Fall auf die Wurze drauf. Nein, ich mein, sterben die Hunde? Wenn die von Spinnen oder so angegriffen werden? Ja, ja klar, die sterben auch. Spann, Spinnen. Also, irgendwie entfernen wir uns ganz schön weit vom Wasser. Zombie. Ja. Aber ja, ohne. Ja, super. Da ist noch ein Stilett. Sollen wir da Richtung Wasser gehen gleich, oder? Ja, würde ich fast sagen, oder? Oder wir hauen hier ein paar Fackeln hin, dass wir hier sehen, wo wir waren. Ja, oder nicht? Ja. Ja. Ja, das reicht. Wenn wir da wo Eis ist, dann Richtung Eis zu gehen. Ja. Schauen wir mal, ob wir hier noch jemand zurückkommen. Ich glaube, ich habe eine Wüste gefunden. Ja. Bühne. Noch eine Fackeln. Stilett. Zombie. Aber ich habe... Übrigens mit dem neuen Texturen-Paket, was ich jetzt drin habe. Da sehen die Zombies richtig cool aus, finde ich. Ja, ich habe das ja noch gar nicht gesehen. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ah, ich habe Knochen. Du kannst genauso gespannt sein wie die Zuschauer. Aber die sehen es vor dir wahrscheinlich. Ich glaube auch. Wobei, gleichzeitig könnt ihr das sehen. Ja, das wird man auch nicht schauen. Aber wir haben das gleiche vergnügt. Ah, spinnen, alles hier? Ich will gleich hier geschlachtet. Mein Schwert ist fast kaputt. Ich habe da noch eins, zwei. So, alle platt hier. Ansonsten habe ich auch... Boah, guck mal, da sind doch... Nee, lass uns mal rum. Also, ich hätte noch eine Craftingbox bei dir. Ja, gleich. Ey, wann wird es denn da hell? Gar nicht mehr. Wie nah. Ah, das hat... Ne, das ist doch kein eigenes. Das sah nur so aus. Also, Wüste haben wir hier. Ja, ach, wieder ein Skelett. Ach, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Aber ich würde sagen, lassen wir mal versuchen, in Richtung Wasser wiederzugehen. Weil... Sonst verlaufen wir uns total, glaube ich, hier. Ja. Aber wir könnten Kaktus mitnehmen. Ja. Kakteen, quasi. Ja, ich habe schon einer geahntet. Man kann ja sowas auch immer mal gebrauchen. Ja, das stimmt. Die kann man auch gut für Fallen benutzen, eigentlich. Ja, gerade dafür eigentlich, ne? Super. Ja, oder wenn man grüne Wolle machen möchte. Okay. Aber guck mal, hier vorne ist Wasser wieder. Ey, andere Bäume! Guck mal, weißt du... Hier... Weißt du das Holz? Joa, passt rein. Dann gehen wir wohl mal ein bisschen hier, ne? Hoffen wir, wir mal das Versettlinge kriegen. Ach, spinnen. Ach, das denke ich auch. Also hier wirst du auf jeden Fall... Wollen wir auf jeden Fall welche aufsammeln. Ja, erstmal fällen. Mir geht ein Licht auf, so langsam. Ja? Ja, das war schön. Hat gedauert, aber das funktioniert dann. Wurde auch mal Zeit. Ja. Irgendwann ist immer soweit. Ja. Dauern manchmal ein bisschen länger. So, warte mal. Ähm... Tja, ist doch gut. Könnten wir eigentlich hier so ne kleine Basis machen. Lassst du erstmal hier alles abernten oder so? Ja. Weißt du das Holz? Oh, das ist schön. Ja. Ich mach gerne viel mit weißem Holz. Oha! Äh, das war wohl ein Creeper. Creeper explodiert gerne neben dir scheinbar. Ja, ui. Pony, lebst du noch? Ja, Pony geht's gut. Das ist schön. Das ist das Wichtigste, ne? Ja, klar. Hallo, das ist mal ein treuer Begleiter hier. Ja, seit total langer Zeit. Vor allem. Ja, seit Ewigkeiten. Du kennst ihn schon fast dein ganzes Leben, ne? Ja, quasi. Ist schon, klar. Komm her. Na, guck mal, der haut die ganze Zeit auf dem Monster was auf dem Sack her. Irgendeiner muss ja von euch beiden campen können. Ja, ich kann's ja nicht. Deswegen hab ich ihn ja dabei. Richtig. Zeig mir schwer, ein Schwer-Totter-Tonat. Ich bin auch ein Ehresal. Ja, ich hau hier irgendwie die ganze Zeit nur weißes Holz ab. Das sind ganz schön viele Bäume eigentlich. So, was ist jetzt hier? Ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr Setzlinge. Aus den Dingern rausgenommen. Ja, die kommen ja gleich. Ja, aber... Egal. Boah. Aber weghauen. Ist klar. Scheiße auf die Umwelt und so. Ist schon richtig. Ja sicher. Keine Zeit für. Wir haben doch Setzlinge. Wir pflanzen auch neu an. Ja. Ja. Eine Hälfte der Welt total ausgerottet. Mittler von allen. Andere Seite ist alles. Ja. Ja. Ist schon. Das ist dann unsere Stadt dann halt. Ja. Schauen wir mal wie groß wir werden irgendwann mal. Ja, aber ich finde dann sich unser Häuschen eigentlich bis jetzt gar nicht so schlecht. Stimmt. Müssen wir halt nur noch schauen, dass wir da auch irgendwie noch ein paar Zimmer mehr kriegen. Noch mehr. Müssen wir gucken wo... Ja klar. Schlafzimmer. Hallo? Ich will nicht direkt in dem Thun schlafen oder so. Ach aber auch. Oder mein Leben lang mit dir in einem Bett kuscheln oder so. Nee, nee. Nicht? Nein. Ich dachte. Auf keinen Fall. Ich dachte du stehst davon raus. Ein bisschen. Aber irgendwann muss man ja auch erwachsen werden. Oh cool. So. Ja, ja, ja. Unglaublich. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Ähm. Einen Apfel. Den nehm ich mit. Ja und Apfel habe ich auch schon gefunden. Das war bestimmt meiner. Niemals. Das kann ja gar nicht gewesen sein. Ja klar. Klaus mir lieber. Ah, hier sind ganz viele Sätze irgendwie schon. Ich seh schon. Da ist doch einfach nur in den Mund hinterher hecheln. Ey. Das ist doch cool, ne? Haha. So. Sollen wir hier bleiben oder? Oder. Sollen wir weiterreisen? Ähm. Ja. Im Prinzip sag ich mal. Eigentlich haben wir ja fast das, was wir wollen, oder? Der reicht ja eigentlich, wenn wir einen Setzling haben. Das reicht ja eigentlich schon von Anfang. Setzlinge haben wir jetzt ja genug. Ich habe jetzt von den vierten Setzlingen sieben. Ja, von den weißen habe ich jetzt sechs und von den anderen weichen Setzlinge habe ich sieben. Ja. Passt doch. Ja, das kommen wir aus. Dann gehen wir mal. Ah, ein Hühnchen. Ich finde das Wasser bei der, bei der Textrucke geht auch ziemlich cool. Ähm. Muss ich sagen, gefällt mir eigentlich richtig gut. Ja, da bin ich ja mal gespannt drauf. Ja. Na, ich habe mir das ja vorher noch nicht angeguckt gehabt. Nein. Ah, guck mal da hinten ist Sumpf. Okay. Aber Sumpf waren wir ja schon. Sollen wir weiter hier am Wasser reisen? Ja, ne? Ja, aber irgendwie müssen wir ja auch irgendwie nochmal zurückkommen. Ja, wir sind doch gerade erst einmal, wir sind ja noch nicht lange unterwegs hier. Nö, ist richtig. Und dann stehst du auf einmal wieder da und kommst nicht mehr zurück. Ja. Ja, das kann schnell passieren. Ja, guck mal Zuckerrohr. Zuckerrohr haben wir ja ziemlich viel. Jetzt brauchen wir eigentlich nur nach Leder. Geht auch ganz schön tief nach unten. Ja. Was ich auch richtig cool finde, ist eigentlich Leben zu bauen. Also. Ja, aber Leben hab... Nach Leben hab ich bis jetzt noch nicht wirklich geguckt gehabt. Ne, ich hab's auch richtig cool. Da muss man... Ui. Der Hund hängt an einem Kaktus fest. Okay, bei mir brauchen wir müssen wir im Laden noch. Ja, leben und wir langsam nachwischen. Ne, hier waren wir noch nicht. Ne. Ja, also müssen wir im Prinzip jetzt mal irgendwie Kühe oder Schweine oder was in die Richtung finden. Wäre nicht schlecht. Hast du denn Steine dabei für den Ofen? Ne. Aber wir haben Schippen dabei. Ich hab Steine dabei. Ja, dann passt es doch. Alles zwei. Ja, bis jetzt... Ich hab äh... Ich hab äh... Ein Elfrohr Hühnchen. Okay. Ich hab nur keine Kohle dabei, sehe ich. Hm. Wie sehen wir das jetzt noch? Ich hab auch keine Kohle mehr. Aber wir haben noch Holz. Holz eben. Mit Holz geht das ja auch. Hupf, hupf, hupf. Hm. Was ist denn hier los? Ganz schön viel Sand, ey. Also das... Ja, aber das dauert ganz schön lange heute beim Laden hier. Nicht? Ja? Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Bei mir tauchen die Berge auch auf einmal aus. Ja, ja. Wo kommst du denn her? Ja, hier so... Hallo! Ich steh schon mittendrin von einem Bergwald und plötzlich ist er da. Boah. Der Hammer. Sandstein. Oh, da hinten wird glaub ich grüner. Und ich seh gerade mein... Oh, da hinten wird auch schon wieder runter. Ah, ja, ja, ja. Ja, dann hau mal nen Ofen hin. Dann könnten wir eigentlich was braten. Ja, da kann... Dann tun wir mal hier den Körbsten täglichen stellen. Ah, ok, das Gelände ändert sich jetzt leicht da vorne wieder. Ja? Ah, ey, ich hab nen Dorf! Echt? Wie das nen Dorf? Jetzt wo ich alles aufgestellt hab. Wo ist n Dorf? Seht man nicht. Bei mir lebt der ja genau. Ja, lass uns zum Dorf gehen und da aufbauen. Ja, würd ich auch sagen, ne? Ja, komm mal mit. Oh, wie doof, ey. Dann baut man ja das alles hin. Das ist tatsächlich. Und dann ist da ein Dorf. Ja, da steht bestimmt alles. Da sind wir wahrscheinlich nicht... Sind wir eigentlich gar nicht so weit gelaufen, ne, eigentlich? Ja, geht eigentlich, ne? Also, bin schon länger auf der Suche gewesen. Ja. Bis jetzt haben wir immer alles recht glücklich getroffen hier. Ah, ich hab Leben gefunden. Cool. Hier ist ein Feld von dem Dorf, das ist schon mal gut. Da kann man schon mal Wild ernten. Kartoffeln haben sie auf jeden Fall. Ja, das ist auch cool. Willst du schon mal klauen? Ja klar, was denkst du denn? Kartoffel diebstahl hier. So. Ich baue noch eben das Leben ab, äh, den Leben ab, dann komm ich auch hoch. Und das coole ist, ähm, ich weiß gar nicht, womit die handeln. Vielleicht haben wir ja was dabei. Oh, hier ist noch mehr Leben. Ja, mit dabei haben ist, glaub ich, schwierig, ey. Das ist jetzt Lager ist ja nicht dabei. Ja. Wer weiß, was wir wollen. Also vielleicht haben wir ja... 16 Kartoffeln hätt ich bei, jetzt. Aber ich pflanz die jetzt noch mal ein, hier, weil ich weiß noch nicht, wie lange sie vielleicht bleiben. Ja, klar. Wir könnten auch vielleicht, äh, wir könnten ja vielleicht, wenn wir hier Köfen unser, unser Puh-Imperium bauen oder so. Ja, weiß man nicht. Ja, wenn du Weizen hast, kannst du Smaragde kriegen. Oder für Papier kannst du auch Smaragde kriegen. Ja. Und was kann man mit Smaragde kaufen. Vielen Dank.